So, wir erstellen mit WPS Maker 2 eine komplett neue Schweißanweisung. Und zwar machen wir eine Stumpfnaht am Blech mit 20 mm Blechticke und einer X-Anarbeitung. Wenn wir WPS Maker starten, erscheint sofort ein leeres Formular, wie wir jetzt hier sehen. Dieses leere Formular wird mit Sicherheit später Einstellungen haben, die immer wiederkehrend sind. Das heißt, jedes neue Formular sollte zum Beispiel unser Logo haben, sollte bestimmte Seiteneinstellungen haben. Und die legen wir jetzt gleich fest, damit das eben immer so kommt, wie wir das haben möchten. Das heißt, wir fügen hier zum Beispiel unser Logo ein. Das geht ganz einfach durch einen Klick auf den Bereich, wo das Logo ist. Dann wird eine Pixeldatei ausgesucht und die wird dann eben automatisch in das Fenster eingepasst. Wir erstellen zum Beispiel die Seiteneinstellungen ein. Das heißt, auf der rechten Seite, da möchte ich einen Seitenrand haben von 10 mm, oben von 15, unten von 15 und auf der rechten Seite, da lassen wir diese 25 mm. Die Tabelle mit der Wärmebehandlung, die wir hier sehen, die brauche ich meistens nicht, darum blende ich die aus. Und bei der Unterschrift, das wird dann bei der Erstellung immer ich sein, da gebe ich dann gleich hier meinen Namen ein. Und unser Ort, das wird auch immer Landau sein, darum lege ich das jetzt hier fest. Das heißt, ich speichere jetzt diese Einstellungen als Vorlage und jedes Mal, wenn ich dann eine neue Datei erstelle, kommt das Dokument genauso, wie es jetzt hier dargestellt ist. So, dann fange ich an mit der Eingabe der Daten für meine Schweißanweisung. Ich ändere jetzt hier die Bezeichnung auf Stumpfnaht 20 mm und man sieht ja schon, wie einfach das ist. Das heißt, dort wo ich Änderungen haben möchte, dort gehe ich mit dem Mauszeiger hin, klicke und ändere eben hier meine Daten. Damit das Ganze etwas besser zu lesen ist, kann ich hier die Dokumentengröße zoomen. So, als Materialnahtart haben wir eben ein Blechplate und eine Stumpfnaht. Wir geben dann eine Nahtvorbereitung ein, zum Beispiel durch einfaches Autogenschneiden und die Wurzellage, die wird gebürstet. So, als nächstes legen wir den Grundwerkstoff fest. Hier haben wir eine eingebaute Datenbank mit mehr als 1200 Werkstoffen, die in Werkstoffgruppen sortiert sind. Ich kann jetzt meine Auswahl treffen, indem ich hier über die Werkstoffgruppe mir die gespeicherten Werkstoffe anzeigen lasse. Oder ich kann eine Auswahl treffen, indem ich hier zum Beispiel einen Werkstoff eingebe, zum Beispiel einen S355. Den markiere ich hier und er ist dann schon in die Ausgabezeile übernommen worden. Diese Ausgabe kann ich jetzt noch anpassen. Zum Beispiel kann ich hier die Werkstoffgruppe ausblenden und ich kann die Werkstoffnummer ausblenden. Und das wäre dann praktisch die Zeichenkette, die eben dann in mein Dokument übernommen wird. Wenn ich das nicht haben möchte, so kann ich hier auch eine beliebige Eingabe selbst tätigen und dann wird die eben übernommen. Aber das möchte ich jetzt nicht. Ich schließe den Dialog und es werden sofort die Grundwerkstoffe hier in das Formular übernommen. Wenn jetzt der Grundwerkstoff 2 unterschiedlich wäre, dann müsste ich eben für den Grundwerkstoff 2 diese Eingabe wiederholen. Die Blechticke ist 20 Millimeter. Als Vorwärmtemperatur geben wir Raumtemperatur ein und als Zwischenlagentemperatur können wir durchaus entweder leer lassen oder eine Zwischenlagentemperatur von 120 Grad Celsius eingeben. So, dann kommt schon als nächstes das Schweißnahtdetail, das heißt die Skizze der Schweißnaht. Durch einen Klick auf die leere Fläche öffnet sich der entsprechende Dialognahtart. Wir schweißen eine Stumpfnaht mit einer X-Vorbereitung auf beiden Seiten. Wir haben einen Spalt von 3 Millimeter, die Werkstoffdicke ist 20 Millimeter und wir müssen hier auch eine Nahtmitte festlegen. In dem Fall von 10 Millimeter, das heißt wir haben eine symmetrische Naht. Es könnte auch eine asymmetrische sein, dann würde die zum Beispiel hier so aussehen. Das wollen wir erst aber nicht, wir wollen diese 10 Millimeter haben. Und man sieht schon wie einfach das bei WPS Maker ist. Man gibt wenige Parameter ein und schon hat man eine vollständig maßstabsgetreue und bemaßte Schweißnahtskizze, die dann eben auch im Dokument eingezeigt wird. Ich kann diese Skizze auch noch zoomen, ich könnte sie rotieren und ich könnte sie zum Beispiel auch als DXF-Zeichnung exportieren und dann in einem externen CAD-Programm, zum Beispiel dem kostenfreien DraftSite, bearbeiten und weiterverwenden oder auch wieder in WPS Maker zurückschicken. Wollen wir es aber nicht, wir sind mit der Skizze, so wie sie ist, zufrieden. Wir schließen den Dialog und wir sehen eben, dass die Skizze hier in das Fenster eingepasst ist. Dann legen wir die Schweißfolge fest. Auch hier wieder ein Doppelklick auf den Bereich, einen Klick auf den Bereich. Und wir sehen hier die links erstellte Skizze, allerdings ohne Bemaßung. Und wir müssen jetzt praktisch die einzelnen Schweißraupen einzeichnen. Das geht sehr einfach, jeweils mit drei Klicks. Die Raupe 1, dann auf der Gegenseite die Raupe 2, die Raupe 3, 4. Dann kommen schon die Decklagen und wir sind fertig. Das Fenster schließen und die Schweißfolge ist im Dokument übernommen. So, als nächstes sind wir schon bei den Schweißnautdetails, also bei den Schweißparametern. Wir fangen an mit der Raupe 1. Mit der Tabulator-Taste kommen wir von einem Feld zum nächsten. Geschweißt wird in der Position PA jeweils. Und die Raupe 1, das ist natürlich die Wurzellage. Und wir verwenden den Prozess 135, Metall-Aktivgasschweißen. Sobald wir den Prozess ausgewählt haben, erscheinen sofort die entsprechenden Eingabemöglichkeiten in der Tabelle. Der Schweißzusatzdurchmesser wird 1,2 mm sein. Der Schweißstrom 135 bis 145 Ampere. Wobei hier auch ein Einzelwert eingegeben werden könnte. Die Schweißspannung zum Beispiel 18 bis 19 Volt. Polarität ist DC+. Die Drahtvorschubgeschwindigkeit ist 3,8 m pro Minute. Die Schweißgeschwindigkeit 18 cm pro Minute. Die Wärmeeinbringung wird dann sofort ausgerechnet. Das ist hier die Wärmeeinbringung. Das heißt, die Streckenenergie ist mit dem thermischen Wirkungsgrad des Schweißprozesses multipliziert. Als thermischer Wirkungsgrad ist in diesem Fall 0,8 voreingestellt. Wenn ich das geändert haben möchte, dann gehe ich auf aktuelle Einstellungen. Es werden dann für jeden Schweißprozess von WPS Maker thermische Wirkungsgrade angezeigt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel beim Prozess 135 den Wert von 0,8 abändern auf 0,85 zum Beispiel. Und natürlich würde sich dann die Wärmeeinbringung entsprechend verändern. Will ich es dabei nicht. Und darum schließe ich den Dialog. Korrektur der Lichtbogenlänge, korrektur der Pulshöhe erfasse ich jetzt nicht. Könnte man aber zum Beispiel, indem man hier einen Wert eingibt. Lassen wir es aber frei. So, als nächstes geben wir den Schweißzusatz ein. Hier haben wir wieder wie bei den Grundwerkstoffen einen entsprechenden Dialog. Und ich habe hier von verschiedenen Herstellern Werkstoffe bereits vorgegeben. In der Datenbank, die kann ich entweder hier auswählen. Oder ich kann auch zum Beispiel über eine Suchfunktion nach bestimmten Werkstoffen suchen. In dem Fall entscheiden wir uns für den G3SI1. Hier haben wir die Ausgabezeile. Wir sind mit der Ausgabe zufrieden, schließen den Dialog. Und es sind die entsprechenden Angaben in der Zeile Schweißzusatz bereits erfasst. Als nächstes benötigen wir ein Schutzgas. In diesem Fall arbeiten wir mit einem M21. Auch hier sind bereits Daten hinterlegt. Ein Standardgas, Argon CO2, 82-18 zum Beispiel. Oder eben auch Gase von Gasherstellern sind bereits enthalten. In diesem Fall entscheiden wir uns eben für das M21. Wir haben hier die Ausgabezeile. Die können wir auch wieder formatieren. Und wir sagen also, wir wollen ein M21, Argon CO2, 82-18 in dem Formular haben. Als Gasmenge benötigen wir 15 Liter pro Minute. Die Gasvorströmzeit soll sein eine Sekunde. Die Gasnachströmzeit zwei Sekunden. Einen Wurzelschutz benötigen wir hier nicht. Der Abstand von der Düse zum Werkstück soll sein 8 bis 12 Millimeter. Der Tropfenübergang ist hier natürlich ein Kurzlichtbogen. Und der Gasdüsendurchmesser, da verwenden wir eine 12 Millimeter Düse. Und wir schweißen mit einer Strichraupe. So, jetzt haben wir alle Parameter für die Raupe 1 erfasst. Und es geht jetzt darum, die Raupen 2 bis 6 zu erfassen. Wobei 2 bis 4 mit gleichen Parametern geschweißt wird und 5 bis 6. Viele Angaben ändern sich hier natürlich nicht. Die Schweißposition bleibt, der Prozess bleibt, der Drahtdurchmesser bleibt, der Schutzgas bleibt. Darum kopieren wir einfach die Raupe 1 und verwenden die dann für die nächste Raupe. Das erreichen wir, indem wir gehen auf Bearbeiten, Raupe Duplizieren, Raupe 1. Und wir machen jetzt nur die Änderungen, die dann praktisch für die Raupen 2 bis 4 anfangen. Also hier geben wir ein 2 bis 4. Das ist dann nicht die Wurzellage, sondern eine Fülllage. Prozess bleibt gleich, Schweißzusatz bleibt gleich. Hier ändert sich natürlich dann der Schweißstrom auf 300 bis 310 Ampere. Die Schweißspannung ändert sich auf 29 Volt. Polarität bleibt, Drahtvorschubgeschwindigkeit ist 9,5 Meter pro Minute und die Schweißgeschwindigkeit ist 43 Zentimeter pro Minute. Der Schweißzusatz bleibt, die Gasmenge bleibt auch. Hier beim Düsenabstand haben wir nicht mehr 8 bis 12 Millimeter, sondern 15 bis 20. Und der Tropfenübergang ist jetzt natürlich der Sprühlichtbogen. So, wir haben jetzt bereits die Raupen 2 bis 4 festgelegt. Jetzt kommt noch die 5 bis 6. Auch hier gehen wir wieder vor, dass wir sagen, Raupe Duplizieren. Und zwar jetzt nicht die Raupe 1, sondern die 2 bis 4. Und das wird jetzt dann die 5 bis 6. In der gleichen Position ist dann natürlich eine Decklage. Schweißstrom, Schweißspannung, Polarität ist identisch. Auch die Drahtvorschubgeschwindigkeit, nur die wird jetzt etwas langsamer geschweißt. Jetzt mit 22 Zentimeter pro Minute und Schutzgas bleibt gleich und auch mit den sonstigen Informationen ändert sich jetzt nichts mehr. Das heißt, ich bin mit meinem Dokument fertig. Ich habe jetzt abschließend noch die Möglichkeit, dass ich sage, bearbeiten, leere Felder anzeigen. Das schalte ich jetzt aus und wir sehen, dass schlagartig alle leeren Formularfelder ausgeblendet wurden. Dadurch wird das Formular besser lesbar und einfach von unnötigen Tabellenelementen befreit. Wenn ich jetzt noch möchte, kann ich die Schrift einstellen. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Tabelle etwas größer machen, um das Dokument besser lesbar zu haben. Alle zu langen Bezeichnungen werden automatisch umgebrochen und in das Dokument eingefügt. So, meine WPS ist fertig. Ich kann sie jetzt abspeichern. Und das Dokument als E-Mail versenden. Ich kann es auf einem Fileserver archivieren und kann es natürlich auch als PDF ausdrucken und als PDF weiterschicken. Ich habe also jetzt in kürzester Zeit eine wunderschöne normgerechte Schweißanweisung erstellt.